Hallo, wer bist du und wo kommst du her? Ich bin Robert Müller, bin 63 Jahre alt, ledig, bin gebührter Marzbinder und wohne seit Lebens in Gemünd. Wie bist du groß geworden und welche Hobbys hast du? Ich bin mit vier Geschwistern groß geworden. Zu meinen Hobbys zählen unter anderem das Kegel und der Karneval. Welchen Beruf hast du gelernt und welcher ist dein aktueller und was gefällt dir an deinem Beruf? Ich bin gelernter Maschinenbaumeister. In den letzten 25 Jahren war ich in einem ortsansässigen Getränkehandel tätig. Der Beruf war anspruchsvoll, vielseitig und viel Kontakt mit Kunden. Was verbindet dich mit der FTP Schleiden? Bürgernahe, sachliche Politik ohne Nationalklünger. Deine Lieblingsorte in Gemünd? Das ist der Kurpark und die verschiedenen Lokalitäten. Was ist deine Herzensangelegenheit für Gemünd? Ein Vollsort-Mentor und der Kurpark und der Tourismus allgemein. Danke. Bitte.